Ich heiße Friederike Hillermann. Wir sind hier in der Nähe von Hamburg. Das ist ein Bio-Landbetrieb hier mit 470 Kühen. Wir melken hier 400 Kühe und wir haben uns für ein 50er Melkkarussell entschieden. Wir sind hier ein reiner Frank-Arbeitskraftbetrieb und wir haben uns auch deswegen für das System des Melkkarussells entschieden. Einmal ist das für das Tier ein sehr ruhiges Melken und das System ist eigentlich relativ schnell zu erlernen für die Mitarbeiter. Unser Melksystem sieht so aus, dass vorgedippt wird und vorgemolken wird und die zweite Person wischt ab bei uns und setzt an. So versuchen wir eine möglichst hohe Eutergesundheit zu gewährleisten, was uns auch inzwischen gelingt. Für die Kühe haben wir versucht, ein möglichst ruhiges Melkverfahren herauszusuchen und auch den Tagesablauf der Kühe möglichst zu optimieren. Allein das Reintreiben, dass das möglichst ruhig geschieht. Die Zeit im Wartehof nicht allzu lange ist, wo sie mit ihren Kolleginnen stehen muss. Wir arbeiten mit einem automatischen Treiber, also da muss auch keine Person stehen, um die Kühe nachzutreiben. Die Kuh geht freiwillig ins Melkkarussell. Das Melken geschieht ruhig und gleichmäßig. Mit den Sprachmeldungen sind wir insgesamt ganz gut zufrieden. Man kann sagen, gerade für die Leute, die neu bei uns sind, da unterstützt die Ansage enorm. Mit der Haftigkeit des Melkzeuges bin ich insgesamt gut zufrieden und aktuell ist keine dabei, wo irgendwie das Melkgeschirr abrutscht oder irgendwie Luft gezogen wird. Daran kann man eigentlich schon sehen, dass das gut funktioniert. Selbst wenn Kühe vielleicht mal zu behandeln sind oder nachzukontrollieren, haben wir hier eine Rückhalteeinrichtung, die zum Beispiel Milchabfall signalisiert. Oder wenn doch Kühe mit irgendwie auffälligem Sekret sind, fahren die eine zweite Runde und können nochmal von den Melkern kontrolliert werden. Die Zwischendesinfektion wäre eine Sache, auf die ich hier nicht verzichten würde. Das finde ich ganz klasse. Es nimmt enorm viel Arbeit ab und gewährleistet doch eine niedrige Zellzahl. Das wäre wirklich etwas, auf das ich sehr ungern verzichten würde. Mit so etwas habe ich das erste Mal gearbeitet und finde ich einfach klasse. Die Zwischendesinfektion, aber auch die automatische Rückhaltevorrichtung, das finde ich sehr gut. Was mir noch besonders gut gefällt, ist, dass wir eine automatische Separierung haben, wo man auffällige Kühe gleich hinaus separieren kann. Das kann einmal der Melker gleich im Melkstand tun, aber ich auch vom Computer aus. Das spart so viel Arbeit, gerade für mich. Ich bräuchte dann immer eine zweite Arbeitskraft, um die Tiere zu separieren. Das funktioniert alles automatisch. Das geht im Grunde innerhalb von zehn Minuten, wo ich sonst eine Stunde für benötigen würde.